Der aserbaidschanische Fußballverband hat auf die Kritik von Jürgen Klopp am Europa-Liquet-Finale reagiert, ich bin unangenehm überrascht von seinen Aussagen. Er macht immer den Eindruck einer positiven Person, sagte Verbandspräsident Elkan Mamadov Bildergalerie die magischen Nächte des Jürgen Klopp. 19 Bilder er ergänzte, ich bin nicht mit seiner Meinung einverstanden, dass der Fußball geografisch limitiert werden sollte, Präsident prognostiziert, Fußballfeiertag. Der Reds-Coach hatte die Vergabe des Europa-Liquet-Spiels nach Baku, Aserbaidschan kritisiert, ich weiß nicht, was die Leute, die eine solche Entscheidung treffen, frühstücken, sagte er, schon die Vergabe des Champions-Liquet-Finals im vergangenen Jahr nach Kiew sei aus sportlicher Sicht keine gute Idee gewesen, diese Entscheidungen müssen vernünftiger sein, Mamadov fügte an, dass die Austragung von Endspielen in Osteuropa dabei helfe, den Fußball bei der jungen Generation populärer zu machen. Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige er sei überzeugt, dass das Endspiel in Baku ein Fußballfeiertag werde, erklärte der aserbaidschanische Verbandspräsident abschließend. Punkt. Let's block it's. Punkt. Let's block it's. Punkt. Let's block it's. Punkt. Let's block it's.